Fun Pro Insane 2 Der Fun Pro Insane 2 Freestyle Scooter eignet sich sowohl für die Halfpipe als auch für den Skatepark. Geeignet ist er für den Semi-Pro-Bereich, also nicht unbedingt für Anfänger. Bei der Altersempfehlung hält sich der Hersteller bedeckt. Er gibt lediglich an, dass dieser für Kinder unter 6 Jahren nicht geeignet ist. Die Lenkerstange ist einteilig und wird mit der Lenkerklemme vierfach verschraubt, um dem Scooter die entsprechende Haltbarkeit und Festigkeit für die Stunts zu verleihen. Zudem lässt sich der Lenker um 360 Grad drehen. Die Scooterrollen mit 110 mm Durchmesser verfügen über A, B, E, C, 9 Kugellager. Dieses sorgt für sehr gute Rolleigenschaften und ein sehr gutes Rollverhalten. Das Trittbrett, das sogenannte Deck, ist mit einem rutschfesten Grip ausgestattet und hat die Maße 43 x 11 cm. Damit bietet es ihnen eine ausreichend große Trittfläche. Die Lenkerhöhe beträgt 68 cm und kann nicht in der Höhe verstellt werden.